Und herzlich willkommen bei The Binding of Isaac Rebus. Ja, wir spielen weiter. Mittlerweile in der Version 1.03. Das ist keine Ahnung, warum die 2 dahinter ist. Gehen wir in unseren Spielstand. Das war glaube ich der zweite. Gucken uns das jetzt kurz an. Ja, ich glaube das sieht ganz gut aus. Und machen weiter. Mit wem spielen wir denn heute? Ju, das haben wir schon. Ja, ich würde sagen machen wir einfach mal einen Ladsau's Run. Mit ihm haben wir noch gar nichts. Und liegen gleich mal los. Ich hoffe es läuft flüssig. Ich kann sogar ein bisschen lauter machen. Moment. So. Ja, das sollte gehen. Ähm, ich mach mal kurz meinen Upload aus. Sekunde. Ja, ja. Ich hab schon so lange nicht mehr aufgenommen. So, ich hoffe es stimmt noch alles. Gut, und weiter geht's. ICQ noch kurz deaktiviert. Das schluckt immer so viel. Und du hör auf da um. Och. Das geht mir auf die Nerven. Hör auf damit. Hat dir keiner gesagt, dass man das nicht macht? Schauen wir mal ganz kurz, was die Lautstärke sagt. Moment. Bevor ich wieder irgendwas Falsches mache. So, geschaut. Wir können das Ganze sogar noch ein bisschen lauter machen. Mit dir auch alles schön hört. Ich weiß auch nicht, warum die Sound-Einstellungen so niedrig sind. Ja, ich denke mal, das geht. Wenn's zu leise ist, entschuldigt. Was haben wir hier? Piercing schon. Achtung, wie ist denn so ein Durchschuss? Das ist natürlich sehr praktisch. Unsere Pille setzen wir noch nicht ein. Und seitdem Patch ruckelt es in Isaac. Autsch. Weiß nicht, warum man sowas macht. Auch Pheromone. Aber gut. The Fool und ein paar Bomben. Sehr schön. Springen wir doch gleich mal hier in die Luft. Mit den ganzen Gläsern hier. Ein Seelenherd. Sehr schön. Na, muss man recht nur so viel arbeiten. Ich würde aber gerne wieder auf 60 FPS rendern. Sind zwar nicht durchgehend 60, aber wenigstens an die 60. Stirb. Explodiere schon, Fetty. Autsch. Pups mich nicht an. Ah. Na, verspiele ich privat so viel Isaac. Das ist schlimm. Ja, aber kaum ruckelt es ein bisschen ungewohnt. Sehr schön. Na, dann haben wir die Ebene. Wir könnten eventuell noch den Goldraum. Ja, gehen wir da mal rein. Sollte hier sein. Natürlich nicht. Dann zwischen Shop und Goldraum. Goldraum. Und ich habe mitbekommen mit dem neuesten Update. Kann man sich da wohl nicht mehr reinspringen in den Shop? Was? Dann weiß ich ehrlich nicht, wo der sein soll. Ist ja doof. Komm her. Spring einfach hier hoch. Genau. Wir haben so einen Durchschuss. Machen wir super Schaden. Ja, so ist perfekt. Jetzt spring nicht ständig hier hin. Genau. Ja, so machen wir gut Schaden. Ja, wir bräuchten jetzt ein Schadensupgrade. Aber kriegen natürlich keins. Wäre auch zu schön gewesen. Und hüpfen in die zweite Ebene. Mann, brauche ich lange drei Minuten. Hier haben wir jetzt mal ein bisschen Gas hier. Eine drei Minuten nochmals, ne? Werden wir schon davor aufgenommen. Ja. Entschuldigt. Weil ich wegen Minecraft geschmollt habe, habe ich auch kein Einzirk aufgenommen. Hat mich gerade alles genervt. Ach, lass mich los, spinnitz. Also angeblich soll ich 50 FPS haben. Ich merke davon aber nicht viel. Eine Spritze. Speed and Shut Speed. Ja. Schussgeschwindigkeit ist gut. Mann, sind wir hübsch. Riesige Augen. Wir haben riesige Kulleraugen und eine Spritze im Hinterkopf. Und aber eine Münze. Die nehmen wir natürlich mit. Platzen sofort. Sehr schön. Autsch. Nein, nicht schon wieder du. Nein. Geh weg. Die können wir hier sprengen, unsere Bombe zurück. Leider nur eine Bombe. Habt ihr das gesehen, die Spinne hat den Kopf geschoben und noch nie erlebt. Aber gut. Dann gehen wir weiter. Ach, ihr seid auch leicht. Ne, ihr könnt ja nichts. Gehen wir jetzt nicht in den großen Raum hier. Ja, ja. Versuch mich mit deinem Laser zu erwischen. Trifst mich eh nicht. So, einer der einfachsten Bosse, finde ich. Weil man einfach nur im Kreis rennen muss. Und schießen. Nochmal Shotspeed. Yay. Oh, jetzt schießen die aber schnell. Das braucht nur noch Schaden. Natürlich ist hier nichts drin. Wir öffnen aber trotzdem mal die Kisten. Ja, mein, kriegen wir Pillen. I found Pills. Das ist das Gleiche. Bläh. Ja, mein, Lack ab. Ist doch auch was. Mann, schießen wir schön. Links, rechts, links, rechts, links, rechts. Egal, ab in die dritte Ebene. Oh, ich wünsche, das wird aufhören. Okay, gerade ist es praktisch. Ah, ouch. Na, nehmen wir dich mit. Äh, ja. Nein. Wir dürfen es nachher nicht vergessen. Ich vergesse dich ständig. Oh, ich hasse diesen Schuss. Oh, endlich. Machen wir mal so. Kring zwei Bomben. Das war doch ein schönes Angebot. Ich habe auch in den letzten Tagen TTT einmal gespielt. Mit einigen Leuten. Ich muss gucken, ob ich es aufnehmen kann, weil das war echt sehr lustig. Ist mir dann sozusagen egal, ob die anderen ins TS wollen oder ins Let's Play wollen oder nicht. Stimme vorauf. Ja, läuft doch gut. Bis auf, dass wir jetzt ständig Schaden kriegen und keinen Schaden machen. Nein. Ich mag keine Knochen. Behalt deine Knochen. Behalt deine Knochen. Jetzt weiß ich an, wen der mich erinnert an dieses Pokémon, was Knochen rumwirft. Wer ist der Knogger? Keine Ahnung. Zu lange her. Und wir haben keinen Schlüssel. Warum nicht? Das finde ich nicht nett von dir, Isaac, spiel. Also, Schlüssel rausrücken. Gucken. Ich denke mir nicht, dass wir dieses Mal auch wieder das Kätzchen werden. Das wäre zu übertrieben. Hm. Ich will doch nur Schlüssel haben. Ja, holen wir uns das Geld hier. Ist ja nicht gerade wenig. Brauchen wir nur zwei Schlüssel. Ach, jetzt kommen wir da auch rein. Schlüssel? Natürlich nicht. Dafür Speed Up. Speed ist auch schön. Die Speed Runs machen wir später irgendwann. Ich meine nur mit Lazarus sofort hin. Diesen geheimen Charakter, den habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Ich raffe das nicht so ganz. Wie man den jetzt kriegt. Sobald ich es weiß, lasse ich euch natürlich gerne wissen. Schalten wir den auch hier frei. Mache ich ein kleines Schnittvideo. Nein, ihr kleinen Stalker-Spinnchen. Geh weg. Geh weg. Ich mag dich nicht. Echt kein Schlüssel. Ernsthaft Ebene. Echt? Was war hier? Ach so. Ach, das ist so dämlich. Das finde ich aber nicht gerecht. Können es ja nochmal versuchen. In der Hoffnung hier ist. Hier ist es. Aha. Ähm, okay. Ach, nein. Das ist schlecht. Ne. Ich glaube, jetzt können wir nicht mehr hier rüber. Da. Haben sie ihn irgendwie deaktiviert. Das ist echt doof. Na gut, haben wir immerhin da ein Item bekommen, auch wenn es schrecklich ist. Wir werden jetzt ständig rausgeportet. Ja, bei dem noch sowieso. Gott. Wir machen einfach kein... Da, das meine ich. Ich glaube, das war es mit der Runde. Starte ich aber nicht noch eine. Ich habe gerade wenig Zeit. Wir versuchen es aber nochmal. Hallo. Lasst mich in Ruhe. Lass das. Pups mich nicht an. Und stampf nicht. Wie der manchmal eine Million Jahre braucht, dann sofort in der Sekunden wieder da ist. Oh, ich hoffe, wir kriegen den Tod. Das ist echt anstrengend. Da wir noch keinen Schaden-Upgrade haben. Und diesen komischen Schuss hier. Ich glaube, das war schon ein Fehler, den auch zusammen... Ich dachte, das wäre vielleicht ein anderes Item, aber... Wohl doch nicht. Bei unserem Glück haben wir ihn gleich tot und dann werden wir raus teleportiert. Ach, endlich. Ach, endlich. Keine Ahnung, was das war, aber wir haben irgendwas aktiviert. Range up. Um uns noch das weiße Herz. Ich habe es nicht vergessen. Nur so weit weg. Gehen wir mal ein Herz ab. Ach, falscher Weg. Entschuldigung. Aus der Bahn. Kommt Mr. Blinkauge. Indianer-Blinkauge. Entschuldigung. Heubling-Blingauge. Nein, haben wir so eine schicke Feder auf dem Kopf. Und wir hätten das Herz einsammeln können. Ich bin so doof. Tut mir leid. Ich weiß nicht, was los ist. Ah, normalerweise laufe ich besser. Ist gerade wieder ungewohnt aufzunehmen, glaube ich. Okay. Das überspringen wir. Das kennt man mittlerweile auswendig. Da dürfen wir nicht rein. Na gut. Äh, toller Raum. Danke. Och, wie wenig Schaden wir machen. Das ist doch schrecklich. Wie viel Schaden machen wir überhaupt? Zwei. Immer noch. Ich mag diesen Charakter nicht. Der kriegt auch irgendwie nur Mist. Jedes Mal bin ich mit dem Spiel. Und dieses eine Leben, was man hat, das ist theoretisch auch nicht sehr viel wert. Nee, zwei Bomben kommen wir nicht. Autsch. Autsch. Ich muss mal den da weg machen. Ja, ich muss mal den da weg machen. Na, komm her. Wenn der wenigstens sofort sterben würde bei dem Viererschuss. Oh, wir kriegen aber ein Schlüssel noch mal. Oh, wir kriegen aber einen Schlüssel noch mal. Jetzt bräuchten wir echt ein Item, was uns wieder in die Ebene hochbringt. Uff, das war knapp. Uff, das war knapp. Aber wir machen das. Ähm. Ich hasse dieses Item einfach. Wieso ist das eine Funktion davon? Das bringt nichts. Ah, bestimmt sind die Gegner auch noch alle am Leben. Sehr schön. Was haben wir hier? Brother Bobby. Na, haben wir eben ein kleines Brüderchen gefunden. Ist doch auch schon etwas. Au. Jetzt laufe ich da noch rein. Ähm. Okay, es wird peinlich. Also wenn wir das schaffen, dann... Weiß ich auch nicht. Privat hätte ich jetzt neu gestartet. So, sind die Gegner hier tot? Ja. Aber an nichts fallen lassen. Natürlich. Natürlich. Ach. Was ist dieses Ding? Kaufen wir uns das und die leckere Pille. Die Speedappille. Na. Gehen wir da jetzt rein? Nein, wir gucken noch, ob wir Herzen kriegen. Nein, 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 Schlüssel. Voll. Hoch mit dir. Nein, an dem geschossen. Mist. Hoch mit dir. Dankeschön. Hallo. Tschüss. Hallo. Tschüss. Man kann theoretisch auch die Charaktere umpixeln und sowas, aber ich habe mich damit noch nicht auseinandergesetzt. Würde ich gerne so einen kleinen Panda einfügen. Und ich muss zusehen, dass ich mit meiner Freundin mal versuche, ein Part aufzunehmen. Vielleicht den nächsten. Mal gucken. Wenn es funktioniert. Ist halt noch ungewohnt, weil wir bisher noch nichts mit dem Mikro aufgenommen haben. Och Gott. Nein. 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 Zum Glück ist der relativ leicht noch. Entschuldigt. Muss ich kurz husten. Und wir haben ein Damage ab. Vielleicht wird es ja doch noch was. Och. Och. Ich möchte denjenigen sehen, der dieses Item nützlich findet. Ganz ehrlich. So ein Fehler, das auch zu sammeln. Boah. Nein. Das ist jetzt ganz schlecht. Oh Gott. Die treffen uns doch. Während wir schießen müssen. Ich glaube, man wird nur geportet, wenn man den Schuss auflädt. Aber trotzdem. Das genügt ja schon. Ich meine, man muss ja die ganze Zeit den Schuss aufladen. Was? Jetzt nehmen wir mal mit. Ja. Ja, schön. Ah, da gehen wir ran und benutzen unsere Foolkarte. Ähm. Ja. Hier bringt das natürlich sehr viel. Dankeschön. Och nö. Na, lieber die Laserviecher als die diese komischen Maden da ausschießen. Okay, ein Seelenherz. Dankeschön. Geh zurück in deine Ecke. Los. Was? Wieso ist nur eins in die Luft gegangen? Nein. Haben wir wieder drei Münzen? Wo ist der Goldraum? Oh je. Oh, hier werden die doch bestimmt getroffen. Ich versuche uns mal taktisch zu machen. Sehr schön. Erstmal, dass ich das taktisch mache. Jetzt ballere ich einfach mal drauf. Der Goldschlüssel. Der ist doch natürlich sehr gut. Kriegen wir jetzt zumindest alle Kisten auf. und Türen. Ja. Ist okay. Hier finde ich das in Ordnung, dass es langsam wird. Darf ruhig öfters passieren. Dankeschön. Schon wieder ihr. Hatten wir euch nicht erst. Ja, schön in einer Reihe stehen. Ein Herz. Und gucken, was haben wir hier? Unseren 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 Sauger. Das Ding hat auch einen Namen. Leech oder so. Habe ich gerade nicht gelesen. Dann gucken wir mal da rein. Gott. Wow. Und wir kriegen mal kein Item, weil wir das Geld sparen. Haben wir immerhin was da reingeworfen? Ist doch auch gut. Gucken, ob wir hier lang kommen. Och Gott. Was ein Raum. Das haben wir bestimmt in der Aufnahme gerade gesehen. Egal. Na, immerhin macht der Schaden. Nächste bitte. Ich finde es immerhin gut, dass wir den Durchschuss haben. Müssen wir nicht hinter die. Ein ganzer Raum mit nichts. Ein Hopsa. Och. Mensch. Ich hasse diesen Effekt einfach. Habe ich wusste nie, wen sie überhaupt nicht erwartet. Und weiter geht's. Loki. Los, kleiner Blutsauger. Saug dich fest. Ja. Ich kann gerade nicht, was das sein soll. Ähm. Ja. Ähm. Die, die Viecher haben einen Namen. Ich weiß es gerade nicht. Ihr wisst schon, was ich meine. Da haben bestimmt schon der ein oder andere geschrien. Ja, die heißen so und so. Och, nein. Mensch. Dieses scheiß Auge. Ja, toll. Wupp, 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 Wurm. Wupp, wupp dich weg. Macht aber, glaube ich, immerhin den Schaden ab. Und du, geh doch da hin, du Blutsauger. Würdest du da wohl hingehen? Geh da dran. Och. Ich hasse es. Wir schaffen das noch. So ist das nicht, aber. Ich verstehe auch nicht, wann das kleine Viech da hinten angreift. Mist. Och. Geh weg, du Bombenfliege. Och. Dankeschön. Speed up. Super. Brauchen wir mal gar nicht. Aber wir werden nicht aufgeben. Vielleicht kommt in dieser Ebene sowas cooles, dass wir jetzt einfach alles niedermetzeln. Kann man nie wissen. Och, die Fliege ist ja fies. So eine grüne Fliege hatte ich noch nie. Ja, noch Giftspuren zieht. Lack ab. Ja, guck mal, wir haben so viel Lack. Ganze zwei. Na gut. Ich dachte, wir hatten mehr. Äh. So. Blink, blink, blink. Äh. Gehen wir erstmal unten hin. Sprengen. Sprengen das hier in die Luft. Gucken rein. Yay, nein. Na, endlich mal. Irgendwie zeigt das, äh, dieser kaputte Kompass da rein. Nicht mehr so oft seine Wirkung. Und jetzt müssen wir warten. Sowas hasse ich dann immer. Schlimm ist es, wenn die, äh, normalen Fliegen da so reingehen. Dankeschön. Toll, liegt da Geld drin. Nehmen wir aber nicht mit, weil wir haben nur einen Schlüssel. Ihh, die Geister. Geht weg. Und das in so einem Raum. Oh. Lass mich du vorbei. Okay. Ach, sehr schön. Ich befürchte, ihr geht zum Boss. Nicht zum Goldraum. Nein, meine ein paar Schlüssel. Ach. Entschuldigung. Ich hab grad die Gegner verwechselt. Ja, und es geht zum Boss. Wie befürchtet. Ich glaub, wir sind schon auf der Mutti-Ebene. Das wird nie was mit dem Schuss. Och, das war doch fies. Wer soll denn das schaffen? Mit dem Schaden hier. Ist doch schlimm. Aber im Goldraum ist jetzt ein super cooles, episches Item. Das coolste Item aus Isaac überhaupt. Ihr werdet gleich sehen. Und tadaaaan. Müll. Okay. Naja. Immerhin halb cool. Gott, wir werden das nie schaffen. Dann hol ich mir jetzt auch die Münze. Dann sparen wir ein bisschen Geld. Hat es sich wenigstens gelohnt. Oh, mehr geht eh nicht rein. Gott. Naja, dann komm mal her, Mutti. Nein, los, komm raus hier. Mit Rumglitschen schaffen wir es. Spielentwickler hat das ja immer noch nicht behoben hier. Isaac! Yay! Und ein Old Stats ab. Neues kriegen wir immer wieder ein bisschen Schaden. Werden größer. Passt schon. Vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Aber das Herz wird anstrengend, sag ich euch. Mein Mutti, da kann man ja noch glitschen. Aber hier, beim Herz, dann hinterher nicht mehr. Ja. Ih, was bist du denn? Speed Up. Immerhin sind wir schnell. Der Misch-Up-Wer hat zu viel verlangt. Haben wir dann mal ein paar Herzen mehr. Wieso sieht das das erste Item, was wir für unseren Slot kriegen, ein Gabi-Item ist. Eine Münze. In den Shop können wir reingucken. Ach ne, das ist nicht der Shop. Okay. Zwei Schlüssel. Der nimmt wir mit. Ähm, hat doppelt unser Geld. Hier, hier haben wir zwei Münzen. Und High Princess, nehmen wir mal mit. Jetzt fehlt nur noch, dass wir irgendwo in einem Raum die Bibel finden. Das wäre krass. Schaffen wir es doch noch. Da ist schon der Boss. Gucken aber weiter. Auch geschafft. Ich möchte gerne noch irgendein Item haben. Warum musst du grün sein? Geh weg. Lebt ja doch so lange. Okay. Geh weg, du rote Spur. Ich sehe dich. Nein, das wollen wir nicht. Geh weg. Ähm, das bringt uns gar nichts. Gut. Mal schauen, was wir hier Schönes haben. Na, immerhin sind die langsamer. Die hätten uns auf jeden Fall getroffen, in diesem kleinen Ding hier. Werde ich immer getroffen, eigentlich. War's das? Ja. Jetzt haben wir den Kampfraum. Den machen wir auf und kriegen natürlich kein Item. Das wäre ja auch so schön gewesen. Das machst du noch so ein Damage ab oder sowas. Oder ein Guppy-Item. Könnte erstaunlicherweise mittlerweile auch in Goldkisten sein. Da habe ich auch schon was gefunden. Na, Porten wäre draus. Auch okay. War natürlich voll beabsichtigt. War nicht ausrasieren oder so. Ähm. So. Oh, wir brauchen viel zu lange. Aber auch, weil es heute ein bisschen ruckelt. Schauen wir den Goldschlüssel. Den brauchen wir gar nicht mehr. Dankeschön. Äh. Da ist noch ein Raum. Mal gucken, was da drin ist. Wie finden wir noch so einen Spieltypen? Nein, wir finden die. Das ist natürlich schön. Das freut ein. Spielerherz. Ach, Menno. Gut, dann geht es jetzt zum Boss. Boss, wir kommen. Und du bist da stampft. Nein. Auch dieses Auge wieder. Ich weine gleich. Mano. Und die werden ja nicht aufhören. Die machen ja noch mehr von den Roten. Und dann wird mich wieder so ein Ding treffen. Und wir werden ihnen fast tot durch dieses Fußgestampfer. Mano. Du bist fies, Loki. Halber Loki. Linker Loki und rechter Loki. Bestimmt sind das A- und B-Hörnchen eigentlich. Ach, Loki-Hörner kriegen wir jetzt. Sehr schön. Da ist aber noch eine Fliege, die uns noch treffen kann. Damage Up. Na, ich meine, etwas. Das wird uns Seelenherzen geben. Ach, jetzt haben wir auch Krampus ab. Freigeschaltet. Sehr schön. Ah, immerhin machen wir ein bisschen Schaden. Passt schon. Ich befürchte, dass mit dem Schaden ist uns eigentlich egal, weil wir rausgeportet werden, wenn wir... Was? Du warst gar nicht tot? Ich dachte, du wärst tot. Ah, Lockdown. Eh egal. Was haben wir hier? Zwei Goldkissen. Die machen wir auf und finden nichts. Yay. Außer Geld. Was wir nicht mehr benötigen. Es sei denn, uns kommt ein Bettler entgegen. Hier, eigentlich bleibe ich immer so drauf. Habt ihr in den anderen Parts schon gesehen. Hallo, Loki. Ich hab vorhin schon eine bessere Hälfte kennengelernt. Auch tot. Ich bin ein bisschen konzentrierter hier, weil ich muss mich echt... Ich muss echt aufpassen, dass ich nicht ständig den Schuss auflade. Oh nein. Sie sind so schnell. Ah, geh weg. Ja, das war jetzt die Rache dafür, oder was? Och nein. Das find ich jetzt aber nicht lustig. Das find ich ganz und gar nicht lustig. Ach, danke, Mr. Blutsauger. Nein. Hilfe. Oh Gott. Mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Och. Mensch. Ja, natürlich. Als Belohnung kriegen wir einen Schlüssel, an den wir nicht rankommen. Yay. Das macht uns glücklich. Oder sowas in der Art zumindest. War doch glücklich, wenn man weint, oder? Ja, das ist auch okay. Werden wir nicht getroffen. Auch so furchtbar schnell. Oh nein. Jetzt kommt wieder eine Trollbombe. Ich hätte sie jetzt erwartet. Ach, das ging schnell. Warum? Ach, wir schaffen das nicht. Egal, ich lauf rein. Scheiß drauf. Genau das habe ich befürchtet. Da war meine Maus nicht an der Natur. Tue. Wenn diese Augen nicht wären, die machen es echt extrem schwer. Nein, wir wollen das da. Dankeschön. Na, die Laseraugen werden uns bestimmt jedes Mal erwischen. Ah, mal gucken. Mit Glück schaffen wir es. Unser kleiner Brutzer bleibt natürlich hier. Er hat ja auch zu viel erwartet, wenn er zum Gegner reingehen soll. Geht weg. Ich mag euch nicht. Ich mag euch nicht. Oh je. Ach du heilige. Mist. Aber wir haben noch ein Leben. Ja. Ja. Lazarus Leben hat mich zum ersten Mal beschützt. Ach, dankeschön. Hier und rein da. Ja. Und das war's mit The Binding of Isaac Rebirth. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, habt was gelernt. Und bis zum nächsten Mal. Bleibt immer schön Bambus. Euer Paragon. Und tschüss. Tschüss.